Rund ein Jahr nachdem sich Prinz Harry und Meghan Markle kennenlernen, stellt der 32-Jährige seine Freundin endlich der Öffentlichkeit vor. Beim Polo in Eskett. Es gibt zwar immer wieder gemeinsame Bilder, auch auf der Hochzeit von Freunden auf Jamaika, aber erst jetzt gilt sie offiziell als Frau an der Seite des Prinzen. Der Partyprinz wird endlich sesshaft. Lang macht der Fünfte in der Thronfolge durch Negativschlagzeilen auf sich aufmerksam. Nach einer ausschweifenden Feier tauchen sogar Nacktbilder aus Las Vegas auf. Und vergessen auch sein Auftritt auf einer Kostümparty. Prinz Harry erscheint im Nazi-Kostüm. Doch all das gehört der Vergangenheit an. Der Prinz ist gereift und engagiert sich für viele soziale Projekte. Und seine 35-jährige Freundin steht ihm in diesem Punkt in nichts nach.